Es geht nach Rügen zu den Störteberger Festspielen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. DMI, Charlie, Charlie, Victor, abflugbereit am Rollhall Tango 1, Piste 108. Aufrollen und starten. Jawohl, Charlie, Victor, geht auf 108 und startet. Okay, Benzimpumpe an. Nicht, braucht man nicht. Ui, spannend ist. Dingerinnen. Da bist gesetzt. Oh ja. Ja, moin moin und herzlich willkommen in der Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor. Gerade in Stendal gestartet. Ich habe euch mal auf den ersten Trip mit ins Flugzeug genommen, weil wir das so tausendmal gemacht haben. Aber jetzt hat gleich der Flug nach Rügen, der könnte nochmal interessant werden. Ja, wir sind auf dem Weg zu den Störteberger Festspielen. Das ist eigentlich so eine alljährliche Tradition. Kann ich nur jedem empfehlen. Flieg da mal hin oder fahrt da mal hin. Ich treffe einen Heiko auch da oben. Seine Frau und seine Tochter. Und dann werden wir da alle schön zusammen in die Festspiele gehen. Es ist sackheiß. Meine Wassertemperatur ist einfach viel zu hoch. Öl ist auch zu hoch. Eieieiei. Na ja, wir schauen mal, wie es wird. Rügen Info, die Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor. Rügen, moin. Delta Mike, Charlie, Charlie, Victor. Moin. Eine SK9, zwei Personen, VfR Flug von Stendal. Wir sind in 2000 Fuß, fünf Minuten südlich vom Platz zur Landung. Rügen, Charlie, Victor, Piste 09, aktiv. Wind auf der Piste, elf Knoten. Jawohl, die Piste 09 in Betrieb. Danke, Delta, Charlie, Victor. Ja, hier über Quermagrad, Strelasund. So heißt dieses Ding. Diese Strelasund, oder? Ja, aber das Ding. Ja, so kann man ja sagen. Wie so ein Kanal hier, der um die Insel südlich herum geht. An Strelasund vorbei, hier auf der linken Seite. Da mache ich mal schnell ein Foto. Strelasund, das sieht man schön, die Brücke auf Rügen rüber. Ein Traum. So Leute, jetzt müssen wir aber mal hier uns konzentrieren auf den Anflug. Delta, Charlie, Victor, im langen Endanflug, Piste 09. Oh, hier die ganzen Vögel, krass, wie viele das sind. Bleibt mal schön alle unten. So, wir sind ein bisschen hoch. Dabbel rein. Trimmung nach hinten. Hast du das Video mal gesehen, wo der eine hier in die Stromleitung reingeballert ist? Oh ne, echt. Das war ja hier genau im Endanflug, genau von der Seite. Da war er zu tief. Da ist aber nichts passiert, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war ziemlich genau hier, in dem Acker. Das war die Stromleitung, die hier von rechts kommt. Die haben es jetzt unerledig gemacht, so wie es aussieht. Ja. Ja, das ist noch in der Luft. Immer noch, immer noch, immer noch. Ja, wir würden schnell zur Tankstelle wollen, wenn es geht. Jetzt mal unter uns, liebe Sportfreunde. 2,50 Euro der Lidder. Auf Gas, die haben hier leider nichts anderes. Das könnte ich mir nicht lassen. Aber Rügen ist schön. Der schöne Anfluggrad. Jetzt gehen wir vor, verzurrenden Kunne. Und dann, ja, geht's gleich los. So, herzlich willkommen in Rügen. Meine Stewardess läuft schon weg. Wir hatten ja gerade ein alkoholfreies Bierchen gebracht, weil wir so einen Brand hatten jetzt, ey. Alter Schwede. So, der Tobi fährt uns jetzt schnell zur Unterkunft. Und dann schauen wir mal, was die nächsten zwei Tage hier bringen. So, es geht's. So, der Tobi fährt noch ein paar Paar. So, ich weiß. So, wassitkt. So, die Tobi fährt uns. So, wir sagen es so gut. So, jetzt kommen wir mal an. So, wir sitzen hier unten. So, wir sehen uns ins Barsch. So, wir sehen uns. So, wie es ist. So, es ist, wenn wir die Tobi fährt. Ja, wenn es hier gut ist, kommt nächstes Jahr wieder. Seht ihr das? Wie die Tour-Rees auf einem Aussichtsturm. Ich habe da keinen Bock hoch zu blenden. Ich habe nur kurz ein Bild gemacht. Ich blende es euch kurz ein. Und da ist der Heiko. Wie die Tour-Rees. Der Heiko hat sich wieder vorgedrängelt. Uiuiui, da geht es aber runter. Uiuiuiui. Hallo? Hallo. 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 Vielen Dank für's wegen. Ja, an der Stelle will ich mich auch von euch verabschieden. Stadt in Ballenstedt. Wir fliegen jetzt noch circa eine Stunde bis Neustadt Saale. Und dann war's das auch schon wieder. Dann sind wir auch froh, dass wir ja daheim sind. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao.